Kennt ihr Eagle Music, LTD oder Limited, wie man auch sagen kann? Genau, das waren die Jungs mit dem Hit zum Lutschen, Like Ice in the Sunshine. Und das neue Ding heißt entgegen allen Voraussagen nicht Glühwein im Winter, sondern Daydream. Untertitelung. BR 2018 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 Wir freuen uns immer wieder über eure Post und es erreichen uns Stapel auch zu einzelnen Musikwünschen.